Zähne putzen mit elektrischen Zahnbürsten von Oral-B ist ja eh schon clever, aber es ist jetzt noch smarter geworden. Genau das Richtige für jemanden wie mich. Denn ganz ehrlich, schöne Zähne sind mir natürlich wichtig, aber im Grunde bin ich ein totaler Laie. Woher soll ich denn wissen, ob ich richtig putze? Weil ich vielleicht hier wäre oder lieber hier wäre. Und genau deshalb gibt es jetzt die Oral-B Smart Series mit Bluetooth-Verbindung. Zum Beispiel die Pro 7000. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie sich meine Oral-B-Zahnbürste mit meinem Smartphone verbindet, damit ich mein persönliches Mundpflegeprogramm erstellen kann. Also, ich starte meine Oral-B-App, die gibt es übrigens kostenlos und dank Bluetooth kann es sofort losgehen. Ich kann mir zum Beispiel ein Programm aussuchen. Ich wähle jetzt mal die maßgeschneiderte Putzempfehlung meines Zahnarztes, die ich beim letzten Besuch mit ihm eingestellt habe. Zum Beispiel, damit ich nach dem normalen Putzen einige Stellen, die ich manchmal weniger gut reinige, extra nochmal angehe. Und mein Zahnarzt kann mich über die App daran erinnern, Zahnseide, Mundspülung und Zungenreiniger nicht zu vergessen. Und auch den Timer, den kann er ganz persönlich auf mich einstellen. Auch ganz clever, die Druckanzeige-Funktion. Die warnt mich, wenn ich mal zu fest aufdrücke. Ich kann Nachrichten, Tipps, Bilder und Videos ins Timer-Fenster laden. Da macht es einfach mehr Spaß, die empfohlene Putzzeit einzuhalten. Und nach dem Putzen bekomme ich Feedback. Das heißt, für richtiges Putzen über mehrere Putzsessions gibt es sogar eine richtige kleine Überraschung. Über das Menü Statistik kann ich mein Putzverhalten langfristig dokumentieren, mit meinem Zahnarzt besprechen und weiterhin optimieren. Und, was ich sehr cool finde, ich kann sogar meine Zahnarzt-Termine bequem über die App steuern. Und all das geht ganz einfach. Mit meinem Handy und natürlich mit meiner Oral-B-Zahnbürste. Smarter geht es, glaube ich, wirklich nicht. Probieren Sie es doch mal selbst.